Herzlich Willkommen zum neuen Video, mein Name ist Roger. Im heutigen Video möchte ich dir mal wieder einen neuen ETF vorstellen vom ETF-Anbieter Wennec. Wennec ist mal wieder am Puls der Zeit. Es geht um seltene Erden und strategische Metalle. Seltene Erden umgeben uns eigentlich in unserem Alltag ständig, sei es beim Handy, sei es im Auto, sei es am PC, sei es der Fernseher, überall wo ein Chip verbaut ist, sind auch seltene Erden als Rohstoffe vorhanden. Ihr bekommt das halt auch, oder beziehungsweise du bekommst das halt auch im Moment in den Medien mit. Halbleitermarkt, Mangel, Chipmangel, in der Automobilindustrie stehen in Deutschland Werke bis Ende des Jahres still, beziehungsweise Werke, Verfahren, Kurzarbeit, um das Ganze so ein bisschen zu kompensieren und es ist halt auch viel Politik bei dieser ganzen Geschichte dabei, um, wie man es halt kennt, falls du schon länger dabei bist, ich zeige dir die Details, die Rahmenbedingungen vom ETF, wie er aufgeteilt ist, wie die Asset Allocation ist, wird ein paar persönliche Anmerkungen, wie ich die ganze Sache sehe, machen und auch, ob ich investiert bin oder investieren werde. Und, aber wie immer ist das Ganze keine Empfehlung zum Kauf oder eine Anlageberatung. Betreibe bitte deine eigene Recherche, nutze das Ganze, was ich halt hier sage, auch nur als Denkanstöße und vielleicht ist der ETF ja was für dein Depot und wir steigen dann halt auch mal ins Thema ein. Schauen wir mal kurz auf die seltenen Erden. Ich werde alle wichtigen Links nochmal runter, wie üblich, in die Videobeschreibung setzen, sei es jetzt diese Seite, sei es das Factsheet, sei es der Link zu allen Positionen im ETF, damit du halt alles Mögliche wirklich findest, ISIN, WKN, ja, also Mangan ist zum Beispiel in meinem Alltag nicht mehr wegzudenken, in Bezug auf rostfreien Stahl, Aluminiumlegierung, Lithium, kennt man halt auch aus der Elektromobilität. Und das ganze Konstrukt heißt, und das werde ich jetzt nur einmal vorlesen, und zwar der Vennec Vectors Wear Earths and Strategic Battles ETF, wir einigen uns auf seltene Erden und Strategisch Metalle und nicht auf den Zungenbrecher. Und ja, schauen wir mal einfach jetzt auf die Details oder in den ETF rein. Und zwar wurde der ETF bereits am 24. September 2021 aufgelegt, hatte ihn da auch schon auf dem Schirm, wurde auch von Vennec informiert, dass es dort einen neuen ETF gibt, aber zeitlich hat es halt einfach bei mir nur mitgepasst, um den ETF vorzustellen. Ich habe ihn mal geguckt und das Vorvolumen ist innerhalb der ersten vier Wochen explodiert, so wie es halt bei dem Semiconductor ETF von Vennec, also der Halbleiter ETF, in den ich halt investiert bin, auch der Fall war. Und ich gehe mal davon aus, dass es halt auch bei dem hier so sein wird. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, aufgesetzt wurde der ETF am 24. September 2021. Eine Neugewichtung findet vierteljährlich im Rahmen der Asset Allocation. Die Anzahl der Positionen ist derzeit 20. Der ETF ist thesaurierend, also nicht ausschüttend. Und habe ich jetzt noch, genau, das Vordomizil ist Vennec üblich in Irland. Und ja, die Top-Position, wenn man jetzt halt einfach mal schaut, sieht man halt hier 7,46%, 6,7%, 6,46% und die Ländergewichtung 34,84% China, 29,29%, Australien, 14% oder knapp 15% USA, 12% Kanada, 5% Niederlande, Frankreich, Japan und sonstige Barmittel. 100% das Ganze in Grundstoffe. Im Factsheet sieht man es halt auch. Die Währung ist, die Basiswährung ist US-Dollar. Und gleich ein Hinweis, und zwar, wenn ihr auf diese Seite hier drauf geht und derzeit hier auf View All Holdings klickt, um euch dann wirklich alle Positionen im ETF anzuschauen, dann passiert momentan das hier. Und zwar hier ist etwas schief gegangen und die von ihnen gesuchte Inhalte konnten nicht gefunden werden. Macht aber nichts. Ich habe Vennec bereits informiert, bekam auch innerhalb von einer Stunde eine Antwort, dass sie das an ihre Web-Abteilung weiterleiten, dass das korrigiert wird. Aber ihr kennt das. Ich lasse ja nicht locker. Und zwar habe ich alle Positionen und werde euch den richtigen Link auch unten in die Videobeschreibung reinsetzen. Und dann sieht man alle 20 Positionen. Da habe ich dann mal so durchgeschaut und habe dann mir gesagt, okay, diese eine Firma kennst du ja. War aber jetzt wirklich zufällig. Und zwar hier die AMG Group, der AMG Group, wie man es halt will, ein holländisches Unternehmen. Das war eigentlich ganz, ganz witzig. Und die bauen zum Beispiel halt auch Vakuum-Induktionsöfen und Aluminiumlegierung und Titanlegierung. Und damit bin ich halt auch ständig konfrontiert. Mit Lithium beschäftigen sich auch. Beschäftige ich mich schon länger mit dem Unternehmen. Das ist wie so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein PVA-Tepler-Ding. Mein Maschinenbauer, wo ja am Anfang halt auch viele nicht auf mich eingeprügelt haben, wo gesagt haben, Maschinenbau und, und, und. Und ja, die Geschichte, die Story in meinem Depot mit PVA-Tepler freut. Auch wenn es jetzt wirklich in meinem Depot passt. Aber die neuen Aktien, die ich noch habe, die behalte ich halt auch. Aber ja, was mich mehr beschäftigt, also der ETF ist super, wenn man halt guckt. Und zwar, das ist auch wieder so ein Punkt, falls du jetzt das erste Mal hier auf meinem Kanal bist und siehst, wie ich einen ETF vorstelle. Man soll sich nicht immer nur auf eine Stelle oder an eine Informationsquelle wenden, wie jetzt in dem Fall Just-ETF. Die geben den noch an mit 4 Millionen. Geht man jetzt auf die Extra-ETF-Seite, sieht man halt der Vorrat mittlerweile 21 Millionen. Stand Wennek ist er jetzt sogar schon bei 24 Millionen. Und das innerhalb der ersten vier Wochen. Nur mal als Beispiel. Der Halbleiter-ETF von Wennek hat mittlerweile 707 Millionen. Laut Just-ETF ist er mittlerweile sogar bei 750 oder sogar 760 Millionen. Wennek leistet allerdings halt auch wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit bei der Werbung, um den ETF-Anlegern vorzustellen. Wie gesagt, ich wurde informiert, dass es halt diesen ETF gibt. Und weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon ETFs, die zwar vom Aufbau her super, klasse, toll waren, nur kein Anleger hat sie gekannt. Und ich kann das halt mit meinem kleinen YouTube-Kanal halt auch nicht leisten. Und dementsprechend ging das dann halt auch mit diesen ETFs nicht wirklich voran. Und Wennek leistet hier wirklich eine gute Arbeit. Kann auch gut möglich sein, dass du heute vor diesem Video eine Wennek-Werbung gesehen hast. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das macht YouTube. Und ja, kommen wir aber jetzt. Der ETF ist vom Aufbau her super. Allerdings ist es gleichzeitig ein Fluch und ein Segen. Und zwar seltene Erden oder die strategischen Metalle werden halt zum großen Teil in China abgebaut. China, ihr bekommt das im Moment gerade mit, diese ganze politische Geschichte auch rund um Taiwan. Das Säbelrassen wird gefühlt von Woche zu Woche, von Monat zu Monat lauter. Und 34,84% China ist natürlich schon heftig. Aber da hat halt auch Wennek nichts dran, weil man kann schlecht sagen, seltene Ehren gibt es künftig in Deutschland. Wird nicht der Fall sein, wird nicht passieren. Und das ist das Einzige, wo ich im Moment Bauchschmerzen habe. Aber Wennek geht halt auch hin, vorbildlich. Sie müssen natürlich über Risiken informieren. Allerdings macht das Wennek bei allen ETFs über das Geforderte hinaus. und sagt auch ganz klar, dass halt Risiko in Zusammenhang mit Schwellenländern, in dem Fall von China, bestehen, dass halt auch dieser Markt sehr volatil ist. Plus diese politischen Risiken, teilweise sagt man ja halt auch, China will den Rest der Welt mit diesen Sachen erpressen. Es ist halt auch viel Lithium in diesem ETF mit drin. Wenn ich jetzt mal hier gucke, ich habe mir so ein paar Firmen hier angeguckt, ist natürlich auch eine Option zu sagen, man pickt sich hier die Unternehmen raus, die man möchte, ohne China, ohne China. Und investiert direkt in die Einzelaktien. Aber da muss man dann halt aufpassen, es sind halt auch Unternehmen dabei, die wirklich noch sehr, sehr klein sind, die sich in einem Ein-Euro-Bereich befinden, vom Aktienkurs her. Alle schütten keine Dividenden aus, beziehungsweise die meisten schütten keine Dividenden aus. Hier dieses holländische Unternehmen schüttet 10 Cent pro Aktie, war die letzte Dividende, ist aber halt eher ein Wachstumstitel. Und jetzt eigentlich nichts für eine Dividendeninvestition. Aus beruflichen Gründen kenne ich halt dieses Unternehmen und habe mich jetzt halt schon damit beschäftigt. Aber ja, und Wennec geht halt genau auf diese Risiken ein. Also, wir müssen uns darauf einigen, seltene Erden werden nicht verschwinden. Natürlich versuchen halt auch andere Länder, wie jetzt zum Beispiel die USA, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen. Da gibt es ja zum Beispiel in dem Bereich, es ist halt viel Lithium halt auch in diesem ETF mit drin, wenn man jetzt diese Einzelunternehmen halt hier mal durchgeht. Und viele Firmen beschäftigen sich mittlerweile halt auch mit dem Lithium-Recycling, so wie ich halt bei mir im Depot American-Meghanies habe. Das sind halt Zukunftstitel. Ich habe mit American-Meghanies schon eine sehr gute Rendite eingefahren. 350 Aktien habe ich noch. Sieht man ja immer beim Depot-Update. Und ansonsten bleibt die Position erst mal 5, 6 Jahre liegen und dann wird man halt sehen, wie das Ganze läuft. Ich bin mir sicher, das wird sich langfristig mit den seltenen Erden und den strategischen Metallen wird sich aufklären. Wenn sich der Rest der Welt gegen China stellt, wird auch China irgendwann einknicken. Man muss es halt einfach abwarten. Ich bin jetzt kein Politiker. Wir betreiben hier auch auf dem Kanal, ihr wisst, keine Politik. Aber der ETF von der Aufstellung her ist wirklich klasse. Was mir halt einfach Bauchschmerzen bereitet, jetzt sind diese 34% China. Ich hatte ja vor kurzem ein Video gemacht in Bezug zu China, wie ich das Ganze sehe und habe halt auch meine Asset Allocation in meinem Depot angepasst und wird jetzt nach und nach auch reduziert. Da bekam ich einen guten Denkanstoß hier aus der Community raus, wo ich halt gesagt habe, okay, darüber könntest man nachdenken, so werde ich es halt auch machen und fühle mich dann damit wohl. Man wird nicht ganz um China drumherum kommen. Man kann China nicht komplett außen vor lassen. Das funktioniert halt auch nicht. Trotzdem möchte ich halt auf diesen Punkt, war jetzt doch ein längerer Vortrag, darauf hinweisen. Für mein Depot, er steckt mir in der Nase, ja, ist er derzeit einfach nichts. Nicht wegen China, sondern halt, ich habe ja schon drei Wennec ETFs, der Halbleiter, der Video- und E-Sports Gaming ETF plus den Digital Assets ETF habe ich ja und ja, der Kursverlauf in den ersten vier Wochen, man sieht es halt jetzt hier, sehr gut, passt, wunderbar, man soll aber nicht auf den Kursverlauf gucken und es kommt halt auch darauf an, wie man diese Branchen ETFs verwendet. Ich benutze sie halt immer so ein bisschen als kleiner Anschub für die Rendite, dann werden auch mal Käufe, also Gewinne realisiert, die wandern dann halt in, zum Beispiel in mein MSCI World IT ETF, wo dann halt immer keine Verkäufe stattfinden und ja, wenn noch Fragen sind, wird wie gesagt alle Informationen runter in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr eure eigene Recherche auf jeden Fall betreiben und wichtig ist halt, nicht nur auf eine Quelle verlassen, sondern halt auf mehrere, ich weiß nicht, wie oft Just ETF das aktualisiert. Den Fehler auf der Wennec Seite, hier, wenn ihr auf die alle Positionen klickt, bin ich überzeugt davon, wird im Laufe nächster Woche behoben sein, wenn nicht sogar schon irgendwann im Laufe des Wochenenden, da bin ich davon überzeugt. Wennec leistet wirklich eine sehr gute Arbeit, ich fühle mich dort als Anleger wirklich gut aufgehoben und wie gesagt, wenn ich die jetzt kontaktiert habe und zwar jetzt das erste Mal und dann bekam ich immer halt immer innerhalb einer Stunde bekam ich dann halt eine Antwort und es wurden alle Fragen beantwortet, das hat also wirklich schon toppasst. Das ist wichtig, da könnte sich mancher ETF-Anbieter eine Scheibe abschneiden, genauso wie der Aufbau von der Wennec Seite. Man findet als Anleger wirklich alle Informationen, die man für seine Recherche braucht. Gut, wenn noch Fragen sind, gerne wie immer runter in die Videobeschreibung. Gerne mal eure Meinung auch zu dem Thema seltene Erden, strategische Metalle, Halbleitermarkt, Chipmangel, seid ihr vielleicht auch davon betroffen. Mir tun die Arbeit ein bisschen leid, jetzt kurz vor Weihnachten in Kurzarbeit geschickt zu werden, das ist schon heftig. Ich hoffe mal, das wird sich alles so im Jahre 2022 aufklären und die Welt wächst weiter, digitalisiert sich immer mehr und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.